Guck mal, jetzt ist es auch nicht mehr ganz so hell. Das ist schön. Gehen wir direkt mal auf 350, ja? Jawohl. Ich habe das Gefühl, ich bin mit manchen Hunter bin ich total langsam. Ich weiß nicht, woran das liegt. Manche laufen irgendwie schneller, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber die laufen eigentlich alle gleich schnell. Ja, ist schon ein bisschen komisch. Ja, dann komme ich hier hoch. Oder am Vataillieren. Ja, auf jeden Fall nicht. Mein Gott, wie lange dauert denn das Tor? Eigenschaft Repetibilisierung hat er fallen lassen. Ja. Was? Was schießt er denn daneben, Alter? Oh, jetzt sitzt er mitten am Dach. Super. Ja, super Punkt. Habe ich aber. So, komm. Lad nach, Mann. So. Weiter geht's. Hm, 315. 330. 315, 315, ja. Weiter geht's. Yeow. Geile Müdigkeit, woher schön ist. Yeow. Yeow. Wieder in das geile Stein vor. Ich freue mich. Jawohl. Schon wieder so eine Scheißhexe ausgelöst. Mann. Ja, das geht ja. Einen Punkt noch oben drauf, ne? Einer ist hier drinnen. Runde gehen los hier drüben, bei Westen, hinter der Mauer. Ja, Punkt habe ich. Dann haben wir Schrotti fertig. Dann können wir auch zu ihm hinlaufen. Der wäre 315. Okay. Mann, hör doch auf, mich immer zu klagen. Was soll das denn? Geht doch mal alles zu einer Aggressionstherapie. Diese komischen Zombie-Button. Oh, Verbrauchsgüter hier. Ja, falls mal einer braucht, noch nicht. Ah, ich bin voll. Hier, Spezial, Moni. Mhm. Neulich. Hab ich nicht. Was sterben die Scheißhexen eigentlich nicht mehr? Nervig, ne? Hetzend ist das. So, müssen wir jetzt hin? 315? Äh, wir müssen, ja. 330 jetzt. Circa 315, 330. Das wäre zumindest dann erstmal der Schrott. Alter. Ja. Ein Fußmarkt, der ist schön. Dieses Kackwasser, ja. Dieses Kackwasser, ich hasse es. Oh, hier ist er drin. Das ist auch ein Kack. Ja, ja, ja. Link droht, link droht, link droht. Jo, 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 jo. Ich hab nur, ähm, Gift. Gift steht auch, ja. Haftbombe, haftbombe hängt. Ich denke, du hast keine Haftbombe. Doch, hab ich. Oh, fuck. Ich bin direkt vergiftet hier. Das ist natürlich auch toll. Oder down, ja. Mensch, wie kommen wir denn jetzt hier rein? Denk dran, hier muss doch irgendwo noch ein Spieler sein, ne? Ne, hier war er gerade nicht mehr rot. Ah, okay. Aber er war gerade vorhin bei mir noch rot. Wo ist denn der, Strotti? Wo ist denn der? Ja, wo ist denn der hier? Unten, oder was? Hat der eine Falle verloren, oder sowas? Oben hier, glaube ich, hat er so einiges verloren. Oh, wo ich auch den Dicken schossen hab. Ja, Heilung. Ähm, Verbrauchsgüte. Mach da schon mal zu, dann kommt da auch keiner rein erst mal. Hier kommt auch keiner rein. Was ist mit unten? Ja, auch nicht. Da brennt noch. Nur die Tür hier. Hier kann einer reinkommen. Hier auch die Tür. Die Schiebetür. Ich setz mal Dings auf. Achtung vor den Türen jetzt. No, die sind ja alle verbrannt hier. Das ist natürlich kacke. Ja. Das ist wirklich scheiße. Wegen der Kack-Haffbombe, ne? Ja, das ist der Nachteil dran. Dann verbrennt das ganze Zeug bei dem. Ja, weil dem ganzen Compound hast du keine Munition. Ja. Rundrum sogar, ne? Ja. Nix. Da hinten sehe ich nix. Ja, dann heißt es jetzt warten. Ja. Spinner wird auch schon gemacht. Die ist ziemlich weit weg. Ja. 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 Was brennt das denn hier wie Sau? Ist ja Öl am Boden gewesen, oder? Ja, ja. Ich glaube, ja. Wo sind die denn? Die sind ziemlich weit, sind die nicht, ne? Naja, einer. Nehmen wir auf, guck mal, ey. Ich sehe noch keinen hier bei uns. Mhm. Okay, das ist der, muss der wohl abgehauen sein. Vorhin hat die echt rot geblinkt. Mhm. Da muss der Typ oder so abgehauen sein, oder der ist ein bisschen weiter entfernt. Oh Mann, ich bin schon wieder in deine scheiß Falle reingelaufen. Mann, kacke, jetzt wollte ich da rausgucken. Scheiße. Jetzt habe ich nichts zum Verbinden, oder lag unten irgendwas. Äh, ich glaube hier überhaupt nicht. Er ist verbrannt. Ich glaube, selbst hier findest du nichts, weil hier warnt nichts rundherum. Wo sollt'n ihr jetzt? Wir müssen in den nächsten Ort. Ja. Nee, hier ist nichts. Ach komm, ey. Dann müssen wir zum nächsten Ort. Wollt ihr rüber gehen dann, oder was? Ja, ja, komm. Wir kennen uns ja jetzt mit Verkacken aus, oder? Wo? Nehmen wir denen wieder die Bounties. Ja, was machen wir ja? Wir sind ja, es war ja, war ja vor kurzem erst Weihnachten. Genau, wir bringen nur Geschenke. Ja, ja, ich hab nur noch zweimal Sicht, warum das denn? Keine Ahnung, hast du gedacht? Das ist überhaupt verbuggt, ja, einmal hab ich geguckt, aber nicht so lange. Schon ein bisschen merkswürdig. Okay, ich hab noch fünfmal. Ja, ist gut. Was denn, was denn? Ach, Zombies überall, Junge. So. Boah. Es blutet jemand. Bluterisch. Irgendjemand hat Kacke blutet da. Alles vollgesiftet. Guck mal, hier kommt wieder Munizio. Oh, wie schöne Musik. Oh ja. Ja, brauchen wir nicht. Wir müssen eigentlich in diese Richtung, ne? 100, 100 oder so. Oder? Hm, ja. Oh, ich hasse diese Wasserkacke, ne? Das ist echt ätzend. Ja. Ja, der ist geschält bei uns. Keine Ahnung, Ua, Rund rennt aber mal los. Ja. Können ich auch. Vergessen. Ich will mal eben einmal kurz gucken. Jo. Schlecht. Na, weiter. Oh, 100 vorne. Hier brennt alles im Innenhof. Hier ist irgendwas passiert. Hm. Oh, ich bin wieder da. Ja, was war denn? Lina hat einen Topf runtergebracht. Ach so. Okay. Hier sind Verbrauchsgüter. Das brauche ich gerade nicht. Laufen die da nicht los von der Spinne oder was? Oder ich muss mal auf die Karte gucken. Doch, die laufen jetzt langsam runter, ne? Oder? Die laufen nach unten, glaube ich. Hm. Könnte sein, ja. Komm, man backel mal an. Ja. Den habe ich. Mal auf die Karte gucken. Die sind auf dem Weg nach, ja, die sind unter dem Compound jetzt, ne? Na ja, dann gehen wir auch ein bisschen weiter runter. Rechts sind sie doof, wir können die gut abfangen, weißt du? Ja, ich hoffe mal. Oder die warten schon freundlichst auf uns. Oh, Hunde sind ausgelöst. Wer hat das gemacht? Ich, glaube ich. Und Pferd war ich auch. Und dumme Hexe war ich auch. Oh, Mann, ey. Ey, Sammer. Wir werden auf die Karte gucken. Oh, wer ist denn tot? Ja, die Schwarmutter hat mich umgebracht. Ich kam nicht ran. Was für ein Scheiß, ey. Dann hat mir noch einen anderen Zombie auch noch gekloppt. Hält's allein, ich hol dich mal. Oh, danke. Mann, die sind direkt jetzt geradeaus von mir ausgesehen. Also auf 105 sind die Blitze. Zumindest auf der Karte. Oh, überall wieder Raben, Alter. Wo sind die jetzt? Was hat er gesagt? Auf 100? Auf der Karte, guck, siehst du die Blitze blinken? Oh, ich bin down. Die haben mich geholt, ey. Mann, weil ich auf der Karte... Ich da... Wer hat mich geholt? Ja, einer von denen wahrscheinlich. In der Lebel. Pass auf. Die treffen sofort. Gucken. Ich bin da. Ich weiß auch nicht, wo der gestopfen hat. Ich weiß auch nicht, wo der gestopfen hat. Ich hab ja echt Probleme mit dem Schwarmüttern hier. Die bringen mich immer fast um hier. Das kann aber nicht wahr sein. Wahnsinn, ne? Ja, von da kannst du mich nicht holen, Muckel. Jetzt gehst du rüber, dann wirst du auch weggeholt. Geh in die Hocke. Ich muss direkt weg dann. Ich bin direkt über den Zaun. Ja, erst mal hinstellen hier. Oh, hab ich Lecks, Alter. Was geht? Ey, was war das denn für ne Kacke? Voll mega leck. Ich muss mich mal eben verarzten. Sanjo, kommst du klar da? Ja, ja. Ich muss eben auf die Karte gucken, wo die sind, die Pillermänner. Gehen wir anders lang jetzt. Die hauen ab. Okay, wir sind schon oben, fast am Ausgaben. Ja. Ja, wir sind schon am Ausgang. Scheiße, ey. Hab ich gerade auf die Karte geguckt. Ey, so ein Fuck, Alter. Sollte man nicht tun, ne? Weiß ja nicht, was die machen wollten. Warum sind die da überhaupt runtergekommen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, die sind am Ausgang. Hinter am Ausgang sind die. Die lauern jetzt auf uns, schätze ich mal. Laut Karte hinterm Ausgang. Ich hab' noch fünfmal Sicht, ne? Ja. Auf irgendwas schießen die auch. Ja, die geben nur laut, dass die weg sind. Krieg ich mal. Ich hab' hier noch Hunde. Wie geil ist das denn? Und Raben und alles. Was ist das denn da für eine Kackrunde? Stirb. Du auch, Mann. Du mit deinen Hexen und ich mit meinen Zombies und Hunde hier. Voll geil. Sind die beide hier weg, ja, ne? Ja, es kann sein, dass der Dritter jetzt übrig geblieben ist und wegholen wir vielleicht. Ich weiß mal nie. Aber wahrscheinlich nicht. Nö, ist keiner. Nö. Wo ist der Muckel? Okay. Die ist noch weiter weg vom Ausgang. Ja, ja. Alles gut, ich bin bei euch hier. Was ist denn der Kacke, Alter? Oh, meine Sicht ist zu Ende. Oh, Spieler, zwei Stück. Oh Gott, hinterm Wagen, komm. Jetzt sind wir raus. Der Wagen selbst ist wie Papier. Ihr müsst euch hinter die Pferde stellen. Das war ja kacke, ey. Guck ich auf die Karte, ich blöd Mann, ey. Na ja, passiert halt. Da sieht man ja, wie profihaft du bist wieder. Ja, voll. Ja, total. Boah, hier ist das auch pisswarm drin. Ich bin am Schwitzen wie ne Sau. Ja, mir war heute Morgen kalt. Ey, Muckel. Ach. Mal die Räume tauschen. Boah. Wir sind 80 Grad in der Bude, ey. Läuft das Wasser so vom Kopf runter hier gerade. Und das liegt nicht am Spiel. Nein, das liegt am Alter. Nee, das liegt ja rein, weil du die Heizung auf 5 gestellt hast. Oh, mir ist so kalt. So. Schön. Das habe ich mir dazu gekauft. So, jetzt nehmen wir mal hier. Ja. Mal hier. Sag.